hallo und herzlich willkommen zu killed wars 2 wo ich ihr noch ein paar sachen gemacht habe und zwar habe ich versucht so mal kurz anschauen früher kam immer so eine musik aber jetzt nicht jetzt habe ich an die einstellungen rumprobiert sound einstellungen und was weiß ich alles hat nichts geholfen ich weiß jetzt nicht ob das wirklich jetzt an mir liegt so das sind wir also die möchte ich eigentlich nicht kennenlernen aber raus komme ich ja auch nicht und ich weiß nicht wo ich hier lande na gut wisst ihr was ich stürze mich in den tod geronimo platz aha wo sind wir hier ein silberlachs ein silberlachs der lachs zum essen und der silber ach so der heißt nur so na gut mann warum ist es so nass auf dem monitor weg nein 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 lass mich in ruhe die hauen aber rein lass mich in ruhe ja ich weiß das heißt gilt was und nicht verdrückt ich doch vom kampf aber wenn ich von vornherein weiß dass ich keine chance habe wenn ich von vornherein weiß dass ich keine chance habe warum soll ich mich hier einlassen mit dem kämpfen so und ich würde gerne wissen wo ich herauskomme klubs gibt es irgendwie so eine spring quest mal kurz schauen die scheinen da friedlich zu sein was heißt friedlich auf jeden fall die interessieren sich nicht für mich sieht nicht so aus als gäbe sie eine sprung quest also ja also ihr wisst was ich meine ich nenne das sprung quest obwohl das eigentlich keine richtige quest in sich ist aber ich nenne das sprung quest so wir tauchen nur so leucht geben ach so dass alles oberhalb ach nee ein brack wasser skal okay ich habe jetzt schon lange nicht mehr unter wasser gekämpft mal schauen was es bringt auch nö gleich der mit seinem freundchen gleich wieder nein 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 leute so 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 wie der sich heilt da schnell weg das ist ja brutal wie die sich heilen ich kann keinen schaden machen ich jasse das nein 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 und schnell weg und schnell weg hier und da gibt es ein roboter nein lass mich in ruhe warum sind die alle so feindlich gesonnen durchgekommen ich weiß zwar nicht wie aber ich bin durchgekommen so hier gibt es eine so ein stein so ein markierung stein hallo leute wisst ihr was dahinten los ist ich bin auf level 17 runter gedrückt worden ja genau eine wegmarke nicht so markierung stein so ich habe schon gedacht der greift mich an so leute wo bin ich jetzt hier ach oje und da gibt es einen unentdeckten aussichtspunkt und hier auch ach in den tunnel da war ich doch ach da werde ich irgendwann wieder hingehen ich weiß noch nicht wie so hier bin ich ich werde versuchen hier durch zu kommen so jetzt mit den soundproblemen das hat mich hier ein bisschen na also ich gehe davon aus dass es soundprobleme waren wo geht das hier entlang da zeigt er nicht an das ist schade eigentlich könnten sie hier anzeigen wenn man mit der maus drüber geht dass es anzeigt wo es hingeht ja so zeigt ja nichts an sieht zwar gut aus ja kommen wir vor ein bisschen wie bei stargate übrigens eine geile serie ja stargate also die originale und die atlantis einleiten was wie ok ja die habe ich verschlungen schade dass die da nichts mehr machen ja also das mit dem raumschiff da diese stargate da mit dem das war ja naja ich sage dazu lieber nichts sonst klagen sie mich noch an hi organisator erics hi erics meine ohren endlich kommt mir endlich kommt mir jemand helfen ihr kommt gerade recht zu meiner letzten testrunde für die pigment transformation bei hilek wieso was ist los mit einer pigmente es ist eine schmutzige und brachiale arbeit vielleicht werdet ihr noch gerade mit so mit dem leben davon kommen willst du mir angst machen du äh fangen wir mit der pigmentforschung an die transformatoren funktionieren nur bei rothäutigen elec lockt sie zum aufnahmegerät und setzt den apparat ein falls ihr in gefahr seid könnt ihr den apparat auch als waffe benutzen also falls ihr in gefahr seid könnt ihr den apparat auch als waffe benutzen so so was wollt ihr äh ich möchte eigentlich nur wissen was das für seltsame kameras sind achso oh pigmenten ne moment mal der jetzt richtig wieder kann ich sonst noch behilflich sein oh pigmentstunde sind unter eurer würde gut trama sammelt im norden auf der anderen seite des sees schleim und jordecca spielt westlich von hier mit den pflanzern geht und macht euch nützlich äh woran arbeitet ihr zurzeit wir haben beobachtet dass die elec unterschiedlich aggressiv sind je nach pigmentierung die easigen rothäutigen elec sind gefährlich und ich möchte die auswirkungen von pigmentierungsänderungen auf ihr verhalten studieren was war das nochmal mit diesen seltsamen kameras diese kameras sind komplizierte ätherische apparate um laufende experimente zu beobachten mein gott es wäre schön wenn ihr da draußen alle apparate repariert die außer betrieb sind seid seid ein guter hilfer warum erforscht ihr die elec eigentlich wir haben beobachtete stile ok 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 gut also die elec dschungelspinne ach du blöde nö was ist denn das So, was fällt hier ein? So, und jetzt kommen wir. Jetzt sprechen wir miteinander. So, winzige Giftbeutel. Und jetzt, wo ist denn diese... Ups. Na, wo sind denn die Hillegg? Tap, 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 tap. Ich finde die Hillegg nicht. Fünf Labor aus Rüstung repariert. So, ich finde die Hillegg nicht. Oh, nein, 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 nein. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Na, außer Reichweite, immer toll. So, stopp. Oh, nein, 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 nein. Eigentlich wollte ich den da killen. So. Ah, der 1 wäre es. Spion Übertragungsempfänger. Deaktivieren. So, ich habe mich wieder kleine, dass ich überleben kann. Nein. So. Ja, bleibst du da stehen. So, bravo, Roboter. Die künstliche Intelligenz war da noch nicht so weit. So, auch du stürmst. Hinter den Quästen daran, Mordbodo zu gefährden. Oha. Sorry. Okay, ich sehe jetzt hier nichts. Wo sind die denn? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, Vorsicht. Böse Grauohren überall. Kann sie riechen? Das sind die Grauohren? Oha. Golem. Oh. Hey, Golem. Bleib doch stehen. So. Tot. Was heißt tot? Ein Golem kann ja eigentlich nicht sterben, oder? Was ist das? Okay. Durchsuchen. Stück Metallschrott. Na, wir lassen die Skrittläufe einfach weiterlaufen. So. Na, kommst du. So. Na, komm schon, Zwerg. Süpie. Aua. Uah. Das ist der Böse. Zu viel Science-Fiction-Filme gesehen, du Roboter, du. Yippie. Yippie. Ich bin ein Level aufgestiegen. Jetzt bin ich schon Level 35. Jetzt irgendwann muss ich mich wieder wirklich an die Hauptquests wieder machen. werden wahrscheinlich schon viele sagen, Mann, ey, mach doch die endlich. Ja, auf, um zu suchen, du kleine, du. Was ist das? So. Gibt's noch irgendwas? Ah, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh, 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 oh. Heisst du glänzst? Kast. Wow. Oh, oh. Tok lui der Roboter. Sieht da jetzt? So. Die Dämfer. Die Aktivieren. Die Aktivieren. Ah, wa. was ist der hier? ja, das ist der blöde Roboter, Veteran, noch ein Veteran ich suche noch, noch habe ich Platz, das wusste ich keine Schätze, ich habe gedacht, das sind so Truhen oder Schätzen, aber ne, so das war's wieder